Wir zeigen euch heute einen Frühstücksshake, der euch durch seine wertvollen Inhaltsstoffe einen optimalen Start in den Tag bereitet und in wenigen Minuten zubereitet ist. Für zwei Personen gibst du ca. 20 Gramm Haferflocken, 250 Milliliter Milch, 100 Gramm Naturjoghurt, eine Banane und 100 Gramm tiefgefrorene oder frische Heidelbeeren in den Mixer. Je nach Geschmack kannst du auch noch etwas Honig hinzugeben. Das Ganze wird nun kräftig durchgemixt und anschließend auf zwei Gläser verteilt. Aufgrund der idealen Nährstoffe eignet sich dieser Shake nicht nur als Frühstücksshake, sondern auch um die Regeneration nach einer harten Trainingsanheit anzukurbeln. Neben komplexen Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten ist dieser Shake reich an Vitaminen, Mineralien, Antioxidantien und sekundären Pflanzenstoffen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren und guten Appetit!